gut okay die werden alle hier aufgeladen du kannst du kannst du kannst weg ich hätte gern licht so und eigentlich auch eine kiste tun wir bis dahin und hätte mein inventar gerne aussortiert und zwar weg 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 so brauche ich eigentlich auch alle nicht die lasse lieber mal drin so schon besser das bitte alles wieder machen und ich werde jetzt aber von hand das system erweitern ich weiß wo die türme hinkommen und wo das ende ist von dem land ein hätte ich glaube ich noch ganz gerne eine reihe braucht nur mehr von euch so ja das sieht gut aus da hätten wir hier die reihe mit substations direkt davor die türme die türme dürften nicht in den spawner rankommen alles ist gut warum gehst du da nicht noch weiter hoch ich könnte natürlich jetzt auch einfach nur eins und drei feldbreiten zugang machen aber das wäre echt warum ist das wäre echt komisch ich mache über die ganze front hier überall türme hin ist jetzt ein bisschen teuer aber nicht aus versehen weiter ich will nicht wieder komplett nach unten durchbauen müssen du da zu ok substations in regelmäßigen abständen einmal rüber ich habe gar nicht genug mauern kann das sein ja weil sie nicht mehr angeflogen kommen bitte gibten bitte baumaschitin mauern und lass wieder schittiner fliegen da müssen wir doch ein bisschen was auf vorrat haben inzwischen immer viel danke die forschung ist schon wieder fertig muss ich irgendwann im klick waren weg gemacht haben da das sind bronze tower ich hätte gerne die silver tower gucken wir mal vier an jedem das geht schon mal gar nicht auf brauchen mehr silver tower und dafür fehlt okay das werde ich gleich abholen können das ok also hier kann schon mal das erweitert werden falls die ressourcen vorhanden sind aber die scheinen grad los zu fliegen sie zu holen ist ok und ich glaube ich lass mir das rubin einfach anfliegen das dauert zu lange dahin zu laufen also raw ruby hätte ich gerne gib mir bitte raw ruby 60 stück gut da kommt mein schittin das wird aber niemals nicht reichen für eine ganze reihe mauern bin mir ziemlich sicher aber man kann es ja versuchen eins zwei drei so da ups ja nee das wird nix davor muss eigentlich eh noch länfel für die eigentliche mauer und die restliche verbindung ja es muss ja alles voll hier ich mache das einfach so wo das ist schon eine landverbindung bist also wenn ich die jetzt anstupsen sollte dann laufen die alle darum und fressen mich auf deswegen hätte ich ganz gerne die mauer zwar viele davon ich hätte gerne hier licht gott licht licht geht auf ne ja geht auf sehr gut ähm laser turret da muss mein raw ruby noch nicht da achso ich bin wahrscheinlich außerhalb des robo bereise ja ok ich hätte gerne noch mehr robo boards da ich setze den irgendwo relativ zentral hin damit auch da oben alles repariert werden kann und so weiter und es fehlt ein so ein ding das mache ich gleich äh da kommen ressourcen für mich sehr gut raw ruby blaue chips ganz viele rubys gut du bist da bau 30 Stück davon und verbaue den nachschätin zurück super wo ist mein robo board da es geht bis dahin wow ok stelle ich mal dahin haben wir jetzt hier überall abdeckung naja bis auf da aber es müsste noch ein reparaturbereich sein ähm so ansatzweise natürlich können wir es nachher ja auch aussehen lassen weil das ist echt hässlich also ja ich mag quadratische vasen aber sehen und so weiter quadratisch machen das ist sehr komisch so nicht verbinden dann machen wir nachher hier zu da hinten zu und füllen das inzwischen einfach auf mit waterbegon und du erforsche mit den nächsten so schätinmauer normale mauer und das reicht sehr gut reicht es auch zweimal krass ok so das sollte eigentlich schon an verteidigung reichen eigentlich könnte es jetzt schon dicht machen es wird zwar eine ganze weile dauern bis die türme das schaffen aber ja ja silber ruby tower da so ich denke nicht dass sie bis da hinten hinlaufen also sollte ich das hier verstärken brauchen die lange zum bauen ja gucken wir mal also wenn das nicht hinhaut habe ich hier immer noch die bronze türme wovon ich übrigens auch wieder ganz gerne welche auf vorrat hätte gib mir bitte laser turrets 60 stück ist ok und ich hätte hier ganz gerne eine requester chest mit repair packs wo auch immer die waren hier repair pack 50 stück advanced repair packs 50 stück und die werden automatisch da eingelagert ach so dann ist es irgendwann voll ne ja ok ihr macht das schon jungs ist ok dann kommen langsame Roboter so ich denke das teste ich mal so wenn das in die Hose geht laufe ich einfach hier nach unten ähm und die beide werden eine ganze Weile brauchen bis sie sich durch die ganzen Solarzellen durchgefressen haben und in der Zwischenzeit ziehe ich da unten eine Mauer und dann ist auch einigermaßen sicher also ich brauche wahrscheinlich noch mehr Landfill mach den wieder weg bigger Landfill ganz viel Zeug dann brauche ich ein Water Begonen da und dann pumpen wir gleich Tonnen von Beton hier in den See bis man rüber gehen kann so stelle ich mir das rp-artig ein bisschen vor entweder das oder wir nehmen den ganzen Bauschutt und kippen ihn lasterweise in den See solange es mal rüber gehen kann oder so per Airdrop oder Katapulte ja ich glaube technologisch gesehen passen eher irgendwelche komischen Katapulte so den breche ich gleich mal ab das dauert mir zu lange den Türmen kann ich nach und nach immer noch bauen so da okay du achso ich sollte hier irgendwo noch einen Durchgang machen ja schön hier am Rand dass ich da leichter rauskomme so hinten ist zu ich glaube hinten ist zu so jetzt müsste er das eigentlich machen da kommt der erste oh oh warte 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 das war jetzt falsch total falsch oh der König ja ich kriege nicht besonders viel Schaden aber die greifen auch an einer vollkommen falschen Stelle jetzt an die sollten ja eigentlich da kommen aber ist okay das ist okay die Reichweite geht doch von denen oh 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 das war ich zu zu rein halten denn das geht so nicht lauf durch tötet die Spawner 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 tot passt ihm mal nicht auf naja weep 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 das okay mach mach Spawner kaputt Pall Tack nicht meine Schön Spawner richtigen Winkel ranstehen. Kaputsch. Vielleicht meine Mund ja alle. Türme. Ja, stinken mal Lasertürme. Gibt nichts besseres auf der Welt. Kosten nix machen Schaden und wenn sie kaputt gehen ist egal. Weep weep weep. Nächste. Research. Achso, das sind auch die Königinnen. Ja, Silbertürme tut mir leid. Ihr habt versagt. Ihr habt nicht genug Schaden gemacht. Okay, war auch ein bisschen meine Schuld, weil halt alle von der falschen Seite kamen und nicht genug Türme da waren und so. Aber ja, die Türme haben versagt, ganz bestimmt. Ich hätte gerne ein Waterby Gone. Damit wir jetzt auf der gesamten Front eingegriffen werden können. Dann mache ich die Türme ordentlich. Bist du? Achso, Türme erst mal abbrechen. So, das sieht hässlich aus. Weep 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 weep. Ja, ist okay. Gib mir die da. Aber wir haben jetzt noch eine Front, wo wir angegriffen werden können von den Aliens. Nee, 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 nee. Stinkt nochmal, Türme. So, die da können ruhig ersetzt werden. Aber wir haben sie eh gar nicht im System. Mache ich mal so. Silver Turret da rein. Mauern da rein. Was fehlt? 35 Silver Turrets. Jo. Und unten wird irgendwo gesnipert. Aber das ist nicht so wichtig. Die sind eigentlich alle ein Feld zu weit oben. Aber da die anderen da jetzt schon sind, mache ich die jetzt einfach mal auch da hin. Ist okay. Okay. So. Eine Mauer aus Türmen, wie wir sie kennen aus alten Tagen. Das war's für heute.